Die offiziellen Feierlichkeiten für Finnlands Unabhängigkeitsfahrt haben gekostet. Harten runter! Auf den Boden! Sie haben die Server-Alarm gelegt. Alle Datenverbindungen sind offline. Ich fordere die Freilassung meines Vaters. Der gesamte Luftraum über Helsinki wurde soeben gesperrt. Gehen Sie da raus. Jetzt! Herr Präsident! Wie wissen wir, Sylvia ist? Wie es aussieht, wurde sie nicht zufällig ausgewählt. Ich bin leer. Untertitelung des ZDF, 2020